Hallo, ich bin Benni und ich möchte euch heute das Parosromenus-Projekt vorstellen. Parosromenus ist eine Gattung von tropischen Fischen, die in den Torfsümpfen und Tieflandregenwäldern von Malaysia und Indonesien vorkommen, eine Ausnahme in Thailand. Und die sind gerade in der Aquaristik eigentlich ganz interessant, weil ich für viele, die dann sagen, das sind ganz besondere Expertenfische, das muss aber nicht unbedingt so sein, da können wir im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Aber das Parosromenus-Projekt beschäftigt sich jetzt, wie der Name schon sagt, mit dieser Gattung. Zum einen ist es so, dass diese Fische jetzt nicht jeden Tag importiert werden. Mittlerweile immer öfter, allerdings als das Projekt gegründet wurde, das war um 2005 rum, da gab es eine Gruppe von Enthusiasten, die gesagt haben, okay, die werden sehr relativ selten importiert und wenn sie importiert werden, dann wissen wir überhaupt gar nicht, wo kommen die her. Ja, da hielt sich auch noch das Gerücht, wenn sie importiert sind, dann sind sie danach direkt ausgestorben. Das ist jetzt glücklicherweise nicht ganz so zutreffend. Nichtsdestotrotz deutet es schon darauf hin, weil, ja, dichter Regenwald, da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Das heißt, da wird dann erstmal eine Straße angelegt, da muss ein bisschen Regenwald gefällt werden. Dann kommt man an die Habitate ran, natürlich jetzt nicht nur, um die Fische zu fangen, sondern in der Regel, um dort Palmölplantagen anzupflanzen oder Kautschuk, alles sowas in die Richtung. Und positiver, in Anführungszeichen positiver Nebeneffekt ist, dass man eben an diese Habitate der Paros-Fomenus rankommt, was allerdings bedeutet, dass sie im gleichen Maße stark gestört sind. Ist ja klar, wenn ich rundherum Palmöl anpflanze, dann geht es den Paros nicht mehr so gut. Das heißt, das, was wir hier sehen, dass immer mehr Paros-Fomenus-Arten importiert werden, hat zum einen damit zu tun, dass die Nachfrage da ist, sodass man sagt, okay, auch wir hier in den westlichen Ländern haben da Interesse dran, Paros-Fomenus im Aquarium zu halten, finden die schön. Es ist aber auch so, dass sie leichter zugänglich sind. Und das wiederum bedeutet, dass die Paros-Fomenus grundsätzlich ein großes Problem haben, weil einfach ihr Lebensraum verschwindet. Das ist so, das ist auch gut dokumentiert. Und wir haben von steigender Anzahl Paros-Fomenus, also sind aktuell bei 23 Arten, aber sind eine ganze Menge Farbformen, verschiedene Varietäten, wo man weiß, okay, es sind wahrscheinlich noch ein paar mehr, es sind auch noch ein paar Unentdeckte mit großer Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich auch schon ein paar ausgestorben, die wir gar nicht irgendwie entdecken konnten, weil wir auch jetzt schon sehen, die allermeisten Arten in der Gattung Paros-Fomenus sind eben stark gefährdet. Nicht nur nach IOCN-Standards, sondern auch nach Beobachtungen vor Ort, dass man wirklich mehr oder weniger live zuschauen kann, wie der Lebensraum schwindet, wie diese Arten zurückgehen, bis auf wenige Ausnahmen. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Und jetzt war es diesen Mitgliedern des Paros-Fomenus-Projekts schon von Anfang an ein großes Anliegen, diese Gattung zu schützen, sowohl hier bei uns in den Aquarien, dass eben gesagt wurde, okay, die Tiere, wo wir wirklich sicher sind, und was sind das für welche, wo kommen die her? Das waren hauptsächlich Urlaubsmitbringsel in den ersten Tagen von der Paros-Fomenus-Aquaristik. Da wusste man also ganz genau, okay, XY hat die da und da gefangen und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die hier bei uns am Leben zu erhalten. Sprich, möglichst viel nachzüchten, verteilen, darauf achten, dass sie eben nicht wieder aus dem Bestand verschwinden. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Es gab auch immer wieder dann neue Importe, also sowohl Privatimporte als auch zusätzlich jetzt kommerzielle Importe. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, naja, mehr oder weniger Direktimporte zu machen, dass man sagen kann, okay, ich weiß, da und da kommt der Fisch her, ich hole mir jetzt in geringen Stückzahlen, ist dann entsprechend teuer. Aber das ist auch nicht Kern des Projekts, sondern Kern des Projekts war es eben, diese Aquarienbestände zu schützen, zu erhalten und auch im Aquarium quasi die Bestände zu konservieren. Was jetzt, ja, nicht so unerheblich ist, als dass wir von der IUCN schon dazu aufgefordert wurden. IUCN an der Stelle sind die, die die roten Listen rausbringen, also eine große Organisation, die quasi gesagt haben, okay, wir haben hier zwei Arten, da gehen wir davon aus, die sind schon ausgestorben oder kurz davor. Wir brauchen Backup-Populationen, wir haben jetzt gerade keinen Zoo gefunden, der die irgendwie hat. An der Stelle, gehe ich gleich nochmal drauf ein, versuchen wir immer weitere Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen zu finden, um das eben zu ändern. Aber wir sind dann schlussendlich auf uns gekommen, sprich das Parosolienus-Projekt, um solche Backup-Populationen vorhalten zu können. Das heißt, auch im Aquarium geht es darum, die Fische zu erhalten, weiterzubringen, auch Verhaltensbeobachtungen zu machen, die man jetzt natürlich im Habitat eher schlecht machen kann. Gerade wenn es da um Farben geht, Farbmuster, Farbveränderungen, wie sieht das in den nächsten Generationen aus, auf einmal tauchen irgendwo Farben auf, die da laut Beschreibungen nicht sein sollten. All solche Geschichten kriegt man im Aquarium ganz gut mit und hat eben auch dieses wunderschöne Verhalten. Also die sind balzen, sehr extrem, noch haben da diese irisierenden Farben. Vielleicht zeige ich jetzt hier mal ein paar Videos. Und das ist auf jeden Fall was, was die super spannend macht, auch wenn es absolute Taschenlampenfische sind, sage ich immer. Also man muss schon häufig danach suchen mit der Taschenlampe in irgendwelchen Ecken und Höhlen rumleuchten, um die Farben dann auch mal sehen zu können. Abgesehen davon, dass es ein ganz spannender Aquarienpflegling ist, geht es dem Parus-Romenus-Projekt eigentlich schon seit Beginn darum, Brücken zu bauen zwischen den Hobbyisten, also wir jetzt als Aquarienhalter, aber auch den Profis, also Wissenschaftler, in erster Linie zu schauen, wie geht es eigentlich der Gattung. Neue Arten sind immer wieder dazugekommen, gerade jetzt letztes Jahr wieder von einem Kollegen bei uns aus dem Projekt beschrieben, zwei neue Arten. Und dann geht es darum, wo leben diese Arten, die bekannten, aber auch vielleicht noch unbekannte, wo sind überhaupt die Verbreitungsgebiete, das ist alles natürlich nur im Zusammenhang mit wirklich wissenschaftlich fundierten Studien möglich. Und weiter geht es mit DNA-Analysen, wie sind die ganzen Tiere überhaupt verwandtschaftlich zueinander angeordnet. Das, was wir jetzt morphologisch im Aquarium beobachten können, deckt sich das auch mit der Genetik, was zunehmend wichtiger wird und spannender wird. Außerdem, ich meine, wir wollen uns nicht nur so rein wissenschaftlich bewegen, sondern es geht dann auch um die Erhaltung irgendwie zu professionalisieren. Da haben wir also zunehmend Partner gefunden, die das auch mit unterstützen, sprich Paros-Romenos-Arten erhalten, Arten von uns bekommen, weiter dann in den Einrichtungen, sei es Zoos, sei es Museen, sei es ähnliche Dinge, vorhalten und dort auch weiter mit uns in Kontakt bleiben, am Zensus teilnehmen. Das ist unser, in Anführungszeichen, wichtigstes Tool, dass wir überhaupt sehen können, was für Paros-Romenos gibt es, in dem die Bestände in diesem Zensus halbjährlich gemeldet werden. Da könnt ihr auch super gerne mitmachen. Ich verlinke das Ganze hier unten drunter. Da gibt es dann ein Newsletter, zweimal im Jahr, die Erinnerung, meldet doch mal bitte euren Bestand und dann kann man auch schauen, was gibt es da. Das ist auf jeden Fall hilfreich für uns und für euch auch zu schauen, wie sieht es eigentlich aus, bin ich der Einzige, der die eventuell hat, muss ich da besonders Wert drauf legen. Das ist jetzt schön und gut, wenn man sich die ganzen Aquarienbestände anschaut. Wir brauchen uns da auch keine große Hoffnung machen, dass man irgendwie sagt, wir erhalten die im Aquarium und wildern die später wieder aus. Das mag in extremen Fällen vielleicht eventuell möglich sein, aber da muss man noch deutlich weitergehen, was jetzt die Genetik angeht. Ich meine, wenn wir ewige Zeiten diese Stämme im Aquarium erhalten, das ist nicht mehr das, was es original war. Da gehen wir zumindest zu aktuellem Zeitpunkt von aus. Wir haben da noch nicht das optimale Management, was jetzt genetische Ressourcen im Aquarium angeht, auch wenn das zunehmend wichtiger wird. Es wird aber wahrscheinlich auch nicht so sein, dass man sagt, okay, so einen Torfsumpf, den stelle ich jetzt mal eben wieder her und dann setze ich da halt die Parus promenus wieder ein. Also ein Torfsumpf, der ist halt über zehntausende Jahre gewachsen. Das geht noch nicht so von heute auf morgen. Also da muss man schon ein bisschen schauen. Aber wir haben Glück, dass die Parus relativ, ich will jetzt nicht sagen anspruchslos sind, aber es müssen nicht diese ganz extremen Werte sein. Also da gibt es wirklich Extremen Werte, pH-Wert um vier rum, natürlich keine Härte irgendwie nachweisbar. Super, dass man die überhaupt in so einer Säure halten kann. Aber das muss nicht sein. Also so zur Zucht bei uns, die häufig schon bei einem pH-Wert von sechs und also im Prinzip reines Regenwasser oder Osmosewasser, da kann man schon mit starten. Natürlich leicht angesäuert mit Laub, Ehrenzapfen, wie auch immer. Da kommt man dann ganz gut mit hin. Für anspruchsvollere Arten und gerade wenn es dann in die Zucht geht, gibt es dann eventuell die Notwendigkeit, besonders diese Keimarmut herzustellen. Aber in vielen Fällen lassen sich dann auch in der Natur, Parus fomenus dazu, ich sag mal, überreden, auch im nicht extremen Schwarzwasser, sondern im Klarwasser zu überleben, weiter sich vorzupflanzen und ganz normal ihr Dasein zu fristen. Was eventuell dann möglich machen würde, solche renaturierten Dorfsimpfe, auch wenn jetzt nicht mehr diese Riesentorfschicht da ist, zu nutzen. Aber ich denke, das ist Thema von einem anderen Video. Ich wollte eigentlich dazu überleiten, dass wir natürlich auch in den Habitaten zunehmend aktiv sind. Am Anfang war es viel zu schwer. Ich meine, als Aquarianer fragt ihr euch jetzt auch, was habe ich jetzt damit zu tun, ob da jetzt irgend so ein Habitat irgendwo geschützt wird. Da ist man relativ weit von weg. Und auch wenn wir hier unser Bestes geben, irgendwie zu erzählen, wie wichtig es ist, die Tiere im Aquarium zu halten, vielleicht noch darauf zu achten, irgendwie zu erzählen, wie die ganze Geschichte mit dem Palmöl ist. Ich denke, das ist auch ein Punkt für sich. Da kann man nochmal ein eigenes Video zu machen. Palmöl und Kautschuk, all solche Geschichten. Da sind wir natürlich hier, gerade in der westlichen Welt, die Abnehmer für. Und insofern auch nicht ganz unschuldig daran, dass die Habitate der Paros-Rominus schwinden. Das heißt, wir haben aber auch die Möglichkeit, vor Ort was zu bewirken. Nicht nur dadurch, dass wir uns irgendwie Gedanken machen, was wir eigentlich tun, sondern wir sind auch aktiv hergegangen, haben also Kooperationspartner in Südostasien gesucht und sind jetzt auch aktuell dabei, wirklich Habitatschutz zu betreiben. In verschiedensten Formen. Es geht da bis da rein. Das ist ein aktuelles Projekt, aber es kommt. Ich werde dann nach und nach nochmal ein paar Updates geben. Aber wir wollen wirklich quasi Schutzgebiete für Paros, jetzt nicht alleine, aber unter anderem also Habitate. Da sind dann nicht nur die Paros-Rominus drin, sondern natürlich noch irgendwelche vom Aussterben bedrohten Kryptokorinen, irgendwelche anderen Fische, die eben genau in diesem Habitat vorkommen, Pflanzen, was auch immer. Es gibt da ja immer diese Flagship-Species, also im Prinzip ganz tolle Arten, wo man sagt, die sind charismatisch, sowas wie Oran-Utans. Da wird man dann sagen, okay, hier ist so ein Oran-Utans-Schutzgebiet und da unten kommen jetzt auch noch Paros vor. Das funktioniert leider nicht überall, weil die Oran-Utans halt auch irgendwo in den Bergen ganz gut klarkommen, während das die Paros nicht machen. Die Paros-Rominus, auf Deutsch übrigens Prachtzwerg-Urami und der Name ist auch Programm, habt ihr ja jetzt schon gesehen. Die kommen hauptsächlich eben in den Tieflandregenwäldern vor. Das gefällt den Oran-Utans da auch ganz gut. Insofern kann man sich da schon teilweise Überschneidungen vorstellen. Allerdings brauchen Oran-Utans natürlich ein riesiges Verbreitungsgebiet, wenn wir uns hier auf wenige Hektar beschränken können. Dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie so eine Quelle, wo jetzt gerade dieses optimale Wasser rauskommt und schütze da ein paar Hektar rundherum. Dann bin ich relativ sicher, dass mir diese Population von Tierchen und Pflanzen, die genau da lebt, eigentlich gesichert ist. Und wahrscheinlich viel besser, als wir das hier in Aquarienpopulationen irgendwie aufrechterhalten können. Das heißt, in der Hinsicht geht es viel weiter. Natürlich auch mit den Menschen vor Ort, was ja uns ganz wichtig ist. Es ist nun mal ein ganz anderes Leben. Wer mal irgendwie in, ich sage mal, ärmeren Gefilden unterwegs war, der weiß auch, wir brauchen nicht den großen Zeigefinger heben und sagen, ihr müsst aber vor Ort da euren Wald schützen. Die haben ganz andere Sorgen und da müssen wir dann auch entsprechend aktiv werden und tun das zunehmend als Paros-Romenos-Projekt auch mit unseren Kooperationspartnern. Insofern schaut gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei. Auch Facebook ist aktuell immer wieder gefragt, wird es weitere News geben und ich werde jetzt hier auf dem Kanal auch ab und zu mal Updates geben, was wir so tun. Im Wesentlichen halt jetzt hier nur die Einführung, Paros-Romenos-Projekt, was ist das überhaupt? Ich bin da auch federführend mit involviert, zusammen mit Helene als Manager quasi. Da gibt es dann ein paar Vorstellungen noch von den einzelnen Mitgliedern in der Lenkungsgruppe, wie wir das nennen und in Zukunft wird es da einige Veränderungen geben. Also falls ihr da irgendwelche Wünsche und Fragen habt, gerne in die Kommentare rein, dann gucke ich mal, was ich machen kann. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.